so hallo mal wieder wie ihr seht werde ich heute mal wieder ein paar minions booster öffnen weil ich wurde mal nachgefragt ob sie überhaupt noch gibt ja sie gibt es noch ich habe mir jetzt sechs booster besorgt und die werde ich jetzt mal für euch öffnen um zu schauen was da drin stecken kann weil meine sammeln mappe ist so gut wie voll oder vollständig es waren ja wirklich ein paar witzige motive dabei und wenn ihr die jetzt länger genießen wollt dann immer wieder auf pause drücken hier zum beispiel eine glitzer karte die finde ich immer sehr schön und wo ihr die noch sicher und bequem bestellen könnt werde ich natürlich immer unter dem video verlinken aber das wissen ja alle von euch schon aber dafür könnt ihr posten ob eure sammeln mappe schon voll ist haupte die noch sammelt was ihr davon haltet und 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 aber wieder ein puzzleteil brauchen wir nicht weil ihr wisst ja ich lese gerne eure kommentare besonders was sowas das sind ja wirklich witzige typen besonders der kinofilm war ja nicht schlecht ja da sind ja wirklich einige szenen aus dem film das ist mir wieder eine coole move glitzer karte alle vergesst mir auf keinen fall zu posten ob ihr schon fertig seid mit eurer sammeln mappe oder vollständig ist wie ihr sie noch findet und 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 so kommen nun zum sechsten und letzten booster tütchen für heute so das ist das letzte motiv für heute das waren sechs booster ich hoffe ich konnte euch zeigen was in meinem booster gesteckt hat und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu bis zum sechsten